Wenn man nichts reinsteckt, kann auch nichts rauskommen. Ja gut, ähm, Zigarren haben wir ja glaube ich genug. Ähm, mein Zuckerrohr nimmt ein bisschen ab. Das ist natürlich auch doof. Das heißt, Zuckerrohr muss ich auch noch mehr machen. Hier hinten hätte ich auch noch geklappt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Boah, so wenig braucht es. Und gleich noch mehr Nalaeros. So, ich hoffe die Baumwolle läuft jetzt ein bisschen besser an. Ich mach noch mehr hin, oder? Ich weiß, es muss erst anlaufen, aber... Okay, warte mal. Okay, geht hier nicht, ne? Ich muss gerne ein bisschen mehr hier reinsetzen. Öl. Hier noch ein bisschen voller. So mitten in den Bohrzeug. Äh, Öl. Geschmeichert. Das ist natürlich. Klar. So. Towerglocke. Nee, du bist hier völlig falsch. Du musst hier hin. Zum Horizont. Das sind die ganzen Schiffe von den Piraten. Ja. Der Dank geht an die kleinen Feldmäusen. Dies ist durchaus anständig. Für euch bitte mal kurz... Ich brauch gar kein Pilzmännchen mehr. Deine Aufmerksamkeit. Ähm. 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 Was ist das denn jetzt? Hm. Ist halt immer noch manchmal ein bisschen verpackt. Aber ist schon deutlich besser geworden, finde ich. Mach schon viel schlimmer. Ah, jetzt wird es so ewig. Warte, wie lang es lädt, wenn die Arktis-Map noch dazu kommt. Ich hoffe, das geht mit dem Spielstand. Ist mir natürlich voll cool. Komm schon. Was ist hier denn schon wieder los? Oh, Moment mal. Das sollte man doch schnell richten. Okay. Da würde Zucker auch gut reinpassen, platzmäßig, oder? Weil das jetzt so viele Felder braucht. Ah. Ist nicht meine Schuld, oder? Gut. Okay, das läuft jetzt auch nicht an. Meine Taucherglocke ist vielleicht schon da. Die ist doch relativ schnell. So. Okay, das läuft jetzt auch nicht an. So. Es muss jetzt einfach sein. Ganz ehrlich. Es muss jetzt einfach sein. Ganz ehrlich. Okay. Juhu. Power. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Voller Segel! Nun. Kleinvieh kann auch eine Menge Mist machen. Mhm. Jaaa. Der Konkurrent wurde vernichtet. Können wir das mal kurz hier aufgeschicken? Ein Mitstreiter wurde vernichtet. Jetzt ist sie sogar vorher weg. Wie unser Lieber. Weil der dann auch ein bisschen Frieden hat hier. Die Insel gehört in die Insel. Wie ist das eigentlich? Kann ich ihn jetzt angreifen? Macht das der Barrel dann was? Was? Wie sie sich da dann auf? Die Feierlichkeiten sind beendet. Würde mich ja schon mal interessieren, ne? Oh Gott, was nehmen wir denn jetzt, Leute? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Arbeitskräfte plus 10%. Das ist doch eine... Ach, da wollten wir doch auch mal einen. Oder sind wir so mit Kaffee? Kaffee? Ihr wollt auch noch Kaffee, ne? Ja. Machen wir das nochmal so? Ähm... Sie haben an Einfluss gewonnen. Okay. Die kommen brauchen wir auch nicht. Läuft hier 15%, 10%? Ich bräuchte noch ein Bankhaus, oder? Kein Problem noch eins zu bauen, oder? Was soll den Einflussradius von diesem... Oh Gott, das ist halt... Das ist... Das ist... Also theoretisch kann ich doch ein paar Abreißen, oder? Ist nicht das falsch? Boah, noch mehr Abreißen. Aber Bauern bitte. Krass. Ah! Die Welt des großen Geldes! Tresore! Scheine! Scheine! Wer war das denn? Äh... Moment, war das der? Nein! Wer war das denn? Gespeichert. Ah, hier. Der da, ne? Ja. Garrik. So, und dann machen wir noch... Was machen wir denn noch? Gibt gern noch das Item, was mir mehr Attraktivität bringt. Aber da hab ich keins, ne? Ja, tut sich gut an. Machen wir natürlich. Gut. Joa. Doch eigentlich ist nicht schlecht. Hoffe ich. Jetzt mal zu den anderen noch zu. Wo sind denn die anderen zwei? Die anderen zwei sind hier. Ah, ja. Ah, ja. Soll ich den denn lieber lassen? Ich glaub ich sollte ihn lassen. Eigentlich ist ja auch Quatsch. Ähm... Gut. Wir haben übrigens Öl, ne? Der Öl? Haha. Das wäre es jetzt gewesen. Ähm... Ich hab hier sieben Öl. Eigentlich könnte ich hier das doch aufbauen über... Warte mal. Ähm... Widerbomberarbeiter. Und für den Ölhafen. Vor nichts. Dann war ich hier einfach mal rum. Warte mal kurz das Treibgut einzusetzen. Okay. Ich hab's voll verbrennt leider. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh. Okay. Okay. Ist halt gut. Ja. Okay. Cool. Weil die ist ja drauf. Achso. Du bist halt leider so ein Shit, ne? Gehen wir weiter. Ähm... Wir haben doch hier noch so Frachtschiffe rumstehen, die ich eigentlich für eine Expedition lassen wollte. Aber geht doch jetzt erstmal bitte in die alte Welt. Rettungseinsätze. Was ist hier wieder eigentlich? Was ist hier wieder eigentlich? Das sollte ich auch mal wieder machen, ne? Was ist das angenommen? Ein phänomenales Ereignis... Gerade Schokolade, ne? Ach, Spitze! Das ist so spitze. Ach... Ach... Hey, Beryl! Verkauf mir mal Schokolade, bitte. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Ah... Moment. Wo ist mein Torflug? Hä? Hä? Hä, ich hab dich doch da rüber geschickt! Wieso bist du nicht gefahren? Ah, super! Ganz toll! Ah... Mist aber auch! Nun nutzt du die Zeit zum Denken! Okay... Leider nix, ne? Leider nix! Leider nix! Leider nix! Leider nix! Okay... Okay... Gehen wir dann jetzt weiter vor... Wieso hab ich denn hier nur Rettungseinsätze? Ich hätt wirklich gern noch so ein botanisches Ding. Ein dreier Rettungseinsatz sollte man machen. Ah, wie heißt mein Schiffle? Destiny... Äh... Die Libertas 2, bitte! Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Was sind denn? Spielstand gespeichert. Ach... Machst du mir die Schiss-Items? Die können mal unten rein tun. Nee... Nee, halte mal. Die Menschen lassen sie hoch leben. Hä, war das jetzt so? Dass es da unten reingeht? Was ging denn dann unten rein? Okay, 6er Gefechtskunde ist 3,4er Gefechtskunde ist ganz schlecht. Ah, jetzt gucken wir erstmal nach dem, was wir wirklich brauchen. Die Heilkunst... 5er Gefechtskunde ist... 15... 5er Gefechtskunde ist... 5er Gefechtskunde... Was kann denn da unten rein? Glück 3, sie ist auch gut! Ähm, wir brauchen aber noch Essen müssen. Was war das? So? Gibt es jetzt noch irgendwas? Ah, jetzt gehen sie unten rein. Gut, machen wir eine Navigation unten rein. Gibt es jetzt Redegabe irgendwo? Nee, ne? Dann machen wir den auch noch unten rein. Brauche ich eigentlich Platz für den, den ich finde? Na, wir probieren sie einfach. Sonst reicht mir die Morale auch nicht, ne? Das ist echt schwierig, finde ich. So, fangen die auch mit so einer niedrigen Morale an? Jetzt haben wir die Heilkunst drin, ne? Das ist natürlich auch schwachsinnig. Sollte ich noch Merbio mitnehmen? Oder bringt da was anderes mehr? Das bringt alles nichts. Äh, ich nehme es einfach noch mehr rum mit. Ach, wir probieren es einfach. Es geht eh wieder schief. Bin es ja schon. Ich bin da ja immer so, äh, klappt das nicht. Ach, die Tauchglocke ist ja da. Kann ich gar nicht mehr aufdrehen. Gehst du wieder ans Kap, bitte? So, jetzt bauen wir endlich unsere Schienen. Damit es hier schon mal ein bisschen besser wird. Ähm. Das heißt, das Problem ist, habe ich hier so schön zugebaut, aber eigentlich muss ich da ja noch durch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah. Ich muss hier echt komplett durch, ne? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Es ist schön, dass du zurückkehrst, Schiffchen. Wie schön. Zuckerröhrchen, Zuckerröhrchen, Zucker, Zucker, Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Bitteschön. Lass mich bitte hier die Schienen bauen. Ich muss jetzt verzweifeln langsam. Okay, das ist schön. Was haben wir da jetzt dann noch gebaut? Schiff und der Beschuss. Ja, ist okay. So. Aber was fehlt denn jetzt? Es fehlt doch aber nix. Boah. Die Brücke braucht ja extremst viel. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe hier noch 12 um 17. Das wird noch reichen. Das sind auch noch 14. Ja, heftig, 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 heftig. Oh mein Gott. Oh, ich bin manchmal so doof. Was heißt ja keine Felder, sind nur ein paar zu wenig. Ah gut, war ein paar mehr. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Baumwolle, ne? Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Schön, ihr seid auf dem Weg. Das ist ganz toll. Das kann nicht klappen. Aber alles gut. Was ist los? Was ist los? Was hast du dabei? Ey, der Nei. Gefechtskundnavigation und Kampfkraft. Ja, den hätte ich mal haben müssen gerade, ne? So, jetzt fährst du mal schön ins Kappel. Können wir doch eigentlich auch einkaufen, oder? Mal ganz ehrlich. Ich weiß geil, ob ich hier beliefert werde. Ja, einfach. Oh. Schmuck geht runter, ja? Das ist halt ein Gold, das ist halt auch schön. Aber lass mal mal zu.